Mein Name ist Karl-Heinz Heinemann. Ich habe hier in Nordrhein-Westfalen, organisiere ich viel in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wir haben uns drei Frauen eingeladen, um mit ihnen über Rosa-Luxemburg zu sprechen. Ich freue mich, dass jetzt auch Gisela Notz dabei ist. Das war nämlich eine ziemlich knappe Angelegenheit, weil sie nämlich gerade vorher noch bei den Naturfreunden über eben dieses Thema gesprochen hat. Also jetzt haben wir hier Julia Killett, Gisela Notz und Daniela Trochowski. Julia Killett ist Geschäftsführerin des Kurt-Eisner-Vereins in München. Sie hat über die Darstellung Rosa-Luxemburgs in biografischer und Polar-Literatur und in wissenschaftlicher Literatur promoviert, hat auch den Film dabei berücksichtigt. Also sie kennt sich aus damit wie mit der literarischen Wirkungsgeschichte und auch mit der politischen Wirkungsgeschichte von Rosa. Darüber werden wir mit ihr sprechen. Gisela Notz ist Historikerin und Sozialwissenschaftlerin. Sie arbeitet freiberuflich sowohl für die Rosa-Luxemburg-Stiftung als auch für viele andere Bildungsträger, auch für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Also sie ist ganz breit mit der linken Bewegung verbunden. Und Daniela Trochowski ist unser geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung seit über einem Jahr. Sie war vorher in Brandenburg als Staatssekretärin im Finanzministerium. Für diesen Posten jetzt in der Stiftung vielleicht auch ein ganz praktischer Hintergrund. Und kennt sich also in der praktischen Politik auch aus. Und in dieser Stiftung trägt, die den Namen, diesen programmatischen Namen trägt, ist sie mitverantwortlich dafür, dass das Erbe Luxemburgs auch in der praktischen Politik wirksam werden kann. Also ich selber habe den Rosa-Luxemburg begegnet 1968, 69, als ich in Frankfurt angefangen habe zu studieren. Da wurde nämlich die Johann Wolfgang Goethe-Universität, Luxemburg schätzte Goethe übrigens, aber die wurde damals in Rosa-Luxemburg-Universität umbenannt. Und das zeigt ja auch, dass die Studierendenbewegung damals doch sehr stark auf Rosa-Luxemburg rekurriert hat. Im Unterschied, sage ich mal, zu dem realsozialistischen Marxismus, für die sie immer nur etwas schräge Figur war. Und darüber werden wir ja auch gleich noch was hören, denke ich, wenn wir darüber diskutieren. Ich würde, ich möchte euch drei jetzt erst mal fragen, was euch denn besonders beeindruckt hat an Rosa-Luxemburg. Vielleicht kann jeder mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen was dazu sagen. Julia, wirst du anfangen? Ich fange sehr gerne an. Also erst mal vielen Dank für die Einladung. Ich kann euch sagen, ich wäre sehr gerne heute in Köln gewesen. Ich liebe diese Stadt. Jetzt sind wir live, jetzt machen wir das so und ich hoffe, dass ihr mich bald noch mal einladet. Was fasziniert mich am meisten an Rosa-Luxemburg? Annelies Laschica, die berühmte Rosa-Luxemburg-Forscherin, die leider 2018 verstorben ist, hat mal zu mir gesagt, wenn du anfängst, dich mit Rosa-Luxemburg zu beschäftigen, dann wirst du nie wieder damit aufhören und sie sollte Recht behalten. Das ist so eine faszinierende Persönlichkeit. Man entdeckt immer wieder neue Facetten. Was mich besonders beeindruckt hat, war Rosa-Luxemburg als Wissenschaftlerin. Sie hat ja jedes Thema bis aufs kleinste Detail erforscht. Und auch Rosa-Luxemburg natürlich als Politikerin, die sich aber keiner vorgefertigten Meinung angeschlossen hat und sich immer eine eigene Linie gesucht hat, die sie dann gegangen ist. Und außerdem, das kam ja jetzt vorhin auch schon im Livestream vor, finde ich auch sehr, sehr schön, ihre Insekten- und Tierbeschreibungen. Die liebe ich. Okay. Ja, vielen Dank. Daniela, was kannst du dazu sagen? Von mir auch erstmal guten Abend. Und natürlich, Julia, wir holen alles nach, was wir jetzt in dem einen Jahr nicht analog, nicht in Präsenz durchführen konnten. Das werden wir auch schaffen, denke ich, alle Veranstaltungen, auf die wir jetzt nur digital zurückgreifen können. Dann auch wirklich mal Auge in Auge und dann auch mal wieder mit einem Händedruck durchzuführen. Ja, für mich sind das eigentlich vier Dinge, die kann man schlagwortartig nennen. Für mich ist immer beeindruckend gewesen, ihre Streitbarkeit, also ihre Lust am Diskurs, ihre Lust an der Diskussion, ihre Wissenschaftlichkeit, ihre politische Leidenschaft. Also sie hat sich ja kompromisslos und leidenschaftlich mit allen auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist etwas, was auch für aktuelle Politikerinnen in der linken Familie wichtig ist, ihre Integrität und ja, Aufrichtigkeit. Sie hat immer gemeint, was sie sagt und sie hat auch immer getan, was sie gesagt hat. Und das ist etwas, was man sich von ihr abgucken kann, vor allem ihre Integrität, ihre menschliche Integrität von ihr lernen kann und in die Gegenwart mitnehmen. Ja, vielen Dank. Und Gisela, was meinst du? Ja, ich meine auch, wollte ich mich erstmal herzlich für die Einladung bedanken. Mich verbindet ja auch einiges mit dem Köln-Bonner Raum. Ich wäre also auch gern dort hingekommen, kann ich nur unterstützen. Aber ich finde es schön, dass jetzt doch, dass wir uns hier treffen können. Anders geht es ja auch nicht. Und das hat ja den Vorteil, dass da noch andere dazukommen können, die nicht dort wohnen. Ja, was mich an Rosa, die ich ja nun schon sehr lange kenne, auch so lange wie Karl-Heinz, obwohl sie da auch schon nicht mehr gelebt hat, die, ja, wie Daniela sagte, dass sie eben, ja, man muss ja nicht in ihrem Kopf herumwühlen, ob sie das auch wirklich meint. Sie war so, wie mein Großvater gesagt hatte, eine geradlinige Sozialistin, die sich auch durchboxt und auch zurücksteht und selbst dann es offenbar einfach durchgehalten hat, auch im Gefängnis, obwohl es hart für sie war, wenn man die Briefe verlässt. Aber sie wusste, sie ist für ihre Überzeugung da und dann muss man halt auch notfalls finden, dass andere nicht so gut. Ja, Annelies war ja wirklich eine begnadete Luxemburg-Forscherin. Ich hätte gerne noch ein Projekt mit ihr gemacht. Das ist mein Dilemma, das weißt du, Julia. Aber dazu ist es eben dann nicht gekommen. Und was mir auch an der Luxemburg gefällt, sie hat privat so gelebt, wie sie auch politisch das vertreten hat. Also das Private ist politisch sehr erst viel später zum Slogan der Frauenbewegung geworden. Aber sie hat das eben schon auch so gelebt und das fand ich gut an ihr. Und sie war zwar keine Feministin, aber sie hat sich doch für Frauenrechte eingesetzt. Da stoße ich immer wieder drauf. Ja, da werden wir auch gleich noch drauf kommen. Jetzt muss ich doch noch mal einschieben, wo ihr alle so das bedauert habt, dass wir nicht nach Köln kommen können. Ihr werdet es noch besonders bedauern, dass ihr nicht in dem wunderschönen Forum der Volkshochschule gelandet seid, dass ihr hier im Rautenstrauch-Jost-Museum direkt am Neumarkt ist und dort nicht auch Romaira kennengelernt habt, die ihr vorhin vielleicht im Bild gesehen habt, die die politische Bildung in der Volkshochschule hier organisiert und mit der wir ganz tolle Zusammenarbeit auch gehabt haben bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Also ich denke auch, was mich besonders fasziniert hat an Rosa Luxemburg, ist, dass sie so eine Einheit auch von Zielen, Inhalten und Methoden immer vertreten hat. Das ist ja sozusagen auch die Grundlage ihres berühmtesten Diktums. Man kann nicht für die Freiheit kämpfen, indem man Freiheiten einschränkt. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, so für uns eine ganz wichtige Konsequenz auch aus Rosa Luxemburg ist. Julia, du hast dich ja jetzt mit der Wirkungsgeschichte von Rosa beschäftigt und irgendwo habe ich jetzt gelesen, sie wurde totgeschwiegen, im Westen totgeschwiegen. Ja, also im Osten wurde sie ja auch heftig beschwiegen oder sie wurde auch irgendwie als, naja, also Luxemburgismus, das war so die Vorstufe zu Trotzkismus ungefähr. Oder wie ist das dazu gekommen? Ich meine, Lenin hatte doch eigentlich auch, die kannten sich doch sehr lange, die kannten sich aus Zürich und sie hatten, ich meine, auch bei uns ist es üblich, dass man auch Diskussionen führt, auch Meinungsverschiedenheiten austrägt, ohne dass man sich gleich in den Kerker wünscht oder gerade noch Schlimmeres sich an den Kopf wünscht. Wie viel Zeit habe ich? Also da kann man natürlich sehr, sehr viel drüber reden. Ich sage das jetzt erstmal ganz grob. Also es gibt zwei politische Stigmatisierungen. In der DDR galt sie als die fehlerhafte Rosa, die Rosa, mit deren Bergmann sich nicht auseinandersetzen sollte, weil sie ja sich gewagt hatte, Lenin zu kritisieren. Und in der BRD, da galt sie als die blutige Rosa, die Rosa Luxemburg, die Deutschland mit der bösen bolschewistischen Revolution ins Verderben stürzen wollte. Und das kann ich jetzt natürlich ausführen, aber eigentlich ging es schon los in der Wellmacher Republik. Da begann schon ein Zerren an der toten Rosa Luxemburg. Die KPD wollte Rosa Luxemburg für sich vereinnahmen. Rosa Luxemburg war zwei Wochen KPD-Mitglied gewesen. Sie hatte sich zwar auf dem Gründungsparteitag noch für sozialistische Partei ausgesprochen, aber das wurde abgelehnt. Und die USPD, die sagte, nein, Rosa Luxemburg gehört zu uns. Da gibt es dann diese wunderbare Biografie von Luise Kautzki, die 1929 erschienen ist. Und Luise Kautzki sagt, Rosa Luxemburg war eine internationale Sozialistin fast ihr ganzes Leben lang in der SPD. Und ja, gehört sie dann doch zu uns. Und daran sieht man auch schon, wie verhärtet die Fronten zwischen KPD und SPD, also in dem Fall jetzt USPD waren. Und der Luxemburgismus, das ist ein negativer Begriff, das begann eigentlich 1922. Da war Rosa Luxemburg schon drei Jahre tot. Da gab Paul Levy, der gerade aus der KPD ausgeschlossen wurde, ihre Schrift zur russischen Revolution heraus. Und in dieser Schrift, den hatte Rosa Luxemburg verfasst 1917. Zur russischen Revolution hatte sie geschrieben. Natürlich hat sie die russische Revolution voller Begeisterung begrüßt, aber sie hatte auch einige Kritikpunkte. Sie kritisierte den politischen Terror und aber auch fehlende demokratische Strukturen. Sie sagte, eine sozialistische Gesellschaft kann nur aufgebaut werden mit Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Organisations- und Versammlungsfreiheit. Das kritisierte sie also. Diese Schrift erschien und Lenin sah seine Revolution angegriffen und antwortete darauf mit einem sehr berühmten Zitat, das in die Geschichte eingegangen ist, aber das auch zu Rosa Luxemburgs rezeptionsgeschichtlichen Schicksal werden sollte. Viele werden das kennen. Da beschreibt er Rosa Luxemburg als ein Adler, also als eine sehr bedeutende Frau der ArbeiterInnen-Bewegung. Aber gleichzeitig sagt er, sie hatte so viele Fehler. Und dann kommt er mit seinen fünf berühmten Irrungen der Rosa Luxemburg und zählt praktisch ihre Fehler auf. Und dieses Zitat von Lenin wurde jetzt genutzt von der Kommentaren und nachher auch von der KPD, um Rosa Luxemburgs Werk oder ihr Denken zu diffamieren. Und ja, vielleicht erst mal so viel dazu. Oder ich kann vielleicht noch darauf hinweisen, dass dieser Luxemburgismus, diese Diffamierung darin gipfelte, dass Ruth Fischer, eine KPD-Abgeordnete, Rosa Luxemburgs Denken mit einem Syphilis-Bazillus verglich. Also da kann man mal sehen, in welche Richtung das in der Kommentaren in der KPD gegangen ist. Und dieser Luxemburgismus zog sich eigentlich bis in die 1990er Jahre hinein. Die Schrift zur russischen Revolution ist in der DDR erst 1974 erschienen. Durch große Mühe von Annelies Laschitzer, die wirklich sehr, sehr viel Engagement geleistet hat, damit die gesammelten Werke und Briefe erscheinen können. Und in Moskau erschien die Schrift tatsächlich erst 1990. Gerne würde ich jetzt noch viel mehr sagen, auch zum Thema Luxemburgismus in der DDR und das Bild der blutigen Rosa in der BRD. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit Monologe halten. Also vielleicht darf ich gleich nochmal drankommen. Genau. Ich meine, wir müssen hier sicherlich noch darüber sprechen, wie sie in der Bundesrepublik wahrgenommen wurde, auch welche Rolle sie gespielt hat. Ich meine, das war ja auch 1989, haben sich ja dann auch viele auf sie berufen in den Protestbewegungen, auch im Realsozialismus. Aber vielleicht sollten wir wirklich erst mal auch andere noch zu Wort kommen lassen. Gisela, du hast es ja auch schon angedeutet, oder Luxemburg war eigentlich keine Feministin. Und sie wollte nicht so eine Frauenpolitikerin sein. Und damit hat sie sich ja auch unterschieden von Clara Zetkin. Und was kann denn die Frauenbewegung heute daraus lernen? Was kann die Frauenbewegung daraus lernen? Ja, vielleicht erst mal, warum? Also ich werde es ja immer wieder gefragt. Und da gehen meine Meinungen ja auch auseinander, warum. Ich meine, dass sie keine Feministin war. Sie hat sich also selber nicht der Frauenbewegung zugeordnet, hat aber durch ihre spektakulären Auftritte und durch ihre Radikalität auch und ihre wegweisenden Schriften auch dazu beigetragen, dass die Frauen in Wissenschaft und Politik auch Gewicht bekommen. Ja, denn nicht jede kann so toll sein wie Rosa Luxemburg. Aber es wurde deutlich, ja, auch Frauen können geachtet werden. Und sie ist, hat es ja auch nicht immer leicht gehabt. Es gibt auch viele Diskriminierungen, die sie erleiden musste bis dahin, dass ein Gewerkschafter gesagt hat, sie soll doch nach Russland zurückgehen, um ihre revolutionären Reden dort zu verbreiten. Sie war also nicht überall willkommen. Das wird so wenig zitiert eigentlich. Aber das ist doch ganz wichtig. Und sie hat ja auch als Frau zu kämpfen. Ich nehme mal jetzt einfach nur, dass sie ja Bibel wirklich sehr gern gehabt hat und sie unterstützt hat. Er war 30 Jahre älter. Aber sie hat sich auch über ihm beklagt, dass sie genauso, was wir heute noch manchmal erleben, dass sie gesagt hat, also der guckt immer nur nach rechts und ich sitze links und komme mit meinen Wortmeldungen überhaupt nicht dran. Also auch sowas ist passiert. Warum war sie also keine Feministin? Sie war Theoretikerin in der Sozialdemokratie und sie lebte eben nach ihrer Überzeugung, das sagte ich auch schon, das Privat ist politisch. Das können wir auch bei ihr lernen, dass diese Verbindung geht und man auch nicht zwei Hüte aufhaben muss, wenn man dann privat was macht oder arbeitet oder politisch tätig ist, was vielleicht anders ist, sondern dass man überall seine Meinung betreten kann. Und sie war Politikerin, Ökonomin, Rednerin, Schriftstellerin, alles Mögliche. Aber man muss in ihrer Zeit verstehen, dass die Feministinnen damals zu ihrer Zeit die Bürgerlichen gewesen sind. Und die Trennung zwischen Sozialistinnen und Bürgerinnen, das wird zwar heute nicht mehr so deutlich, aber es kommt immer noch vor. Es wird selbst von Historikern abgestritten, dass es damals so war. War es aber. Und es ist heute auch noch so, dass eine Frau, die ein Dienstmädchen einstellt, ich sage mal eine Frau aus der mittleren Klassenebene, dass die, und gerade eine, die viel Geld hat, hat doch andere Interessen als so ein Dienstmädchen, das sie anstellt, für das sie zwar Kaffee kocht, aber wo sie eigentlich ausnutzt, weil es meistens schlecht bezahlt ist und so weiter. Also das können wir auch von ihr lernen, dass diese Klassenverhältnisse einfach zu berücksichtigen sind und dass wir nicht denken durch Wohltat jetzt an geflüchteten Frauen oder migrantischen Frauen aus der anderen Welt, dass wir da besonders Gutes tun. Das ist schon ganz wichtig. Es gibt immer noch Klassen, wenn sie auch anders sind, als sie früher sich ausgedrückt haben. Und das ist, sie hat ja dafür gekämpft, dass alle Menschen, also ihr Emanzipationskonzept schloss alle Menschen ein und es sollte für alle Menschen gelten. Und sie war der Meinung, wenn die sozialistische Revolution stattgefunden hat, dann sind alle Menschen, ob Frauen, ob Männer, egal welches Geschlecht, sind die mit einbezogen und so. Und es geht eben um den Kampf aller Ausgebeuteten ohne Unterschied des Geschlechts gegen alle Ausbeuter auch ohne Unterschied des Geschlechts. Da können wir auch nochmal drauf gucken, wenn wir uns heute mit ihr beschäftigen, dass es eben auch um internationale Solidarität mit allen geht und nicht um weitere Solidarität, die eben wieder exkludiert, weil sie nur bestimmte Gruppen umfasst. Ja, das Frauenwahlrecht, um einen zentralen Punkt, der damals eine Rolle gespielt hat, um das mal aufzugreifen, dafür hat ja auch die Sozialdemokratie gekämpft, auch als ganz verwirrend. Und da mal diese Frage des Imperialismus, die du eben angesprochen hast, also die Ausbeutung der dritten Welt und der Menschen damals in den Kolonien und so weiter, war, glaube ich, ein viel größeres Problem in der Sozialdemokratie. Größeres Problem als das allgemeine Wahlrecht für alle? Als für die Rechte der Frauen einzutreten. Ja gut, das kann man abwägen, aber ich meine, es waren beides große Probleme und das hat auch Rosa Luxemburg in Bezug auf das Frauenwahlrecht gesehen. Sie hat ja die Sozialistische Frauen Internationale 1907 mitgegründet. Da wird zwar in manchen Broschüren von Partei SPD-Broschüren behauptet, sie wäre zu der Zeit im Gefängnis gewesen, liest man sich aber die Protokolle, dann weiß man, dass sie dabei war. Und da ging es ja hauptsächlich um internationale Rechte, allen voran das Frauenwahlrecht, was sie sich auf das Programm geschrieben haben. Und da hat sie nicht nur Clara Zetkin unterstützt, sondern sie ist mit ihren Reden eben auch, hat sie überall großen Beifall von Frauen aus der ganzen Welt bekommen. Und da hat sie auch 1912, da gibt es sogar eine Broschüre drüber, her mit dem Frauenwahlrecht hat sie gefordert bei einer Veranstaltung in Stuttgart beim Internationalen Frauentag. Also da können wir auch an sie denken, der ist ja auch in ein paar Tagen der Internationale Frauentag. Und sie hat sich sehr eingesetzt dafür, dass die Frauen eben da die gleichen Rechte haben. Aber sie hat gesagt, es darf nicht Frauensache allein sein, sondern die Männer müssen da auch mit einbezogen werden in den Kampf. Das war ihr ganz wichtig, weil sie war eben gegen die Monarchie, hat sie damals gesagt. Das sind eben die großen Fehler, die eigentlich total jetzt abgeräumt werden müssen. Und das war die Monarchie und die Rechtlosigkeit der Frauen. Also sie hat durchaus für Frauen Politik gemacht. Ja, das war ja auch weitgehend sozusagen Politik für eine Demokratie, für eine umfassendere Demokratie. Und ich denke mal, das ist ein Punkt, wo wir heute uns einig sind, dass das, was sie damals vertreten hat, dass wir da uns voll mit identifizieren können, auch mit dem berühmtesten Diktum von ihr, mit der Freiheit der Andersdenkenden, was damals ja die Auseinandersetzung auch mit der russischen Revolution und mit Lenin war. Aber es gibt andere Punkte, wenn man mal ihr Werk studiert, wo ich denke, ja, das trifft natürlich auch irgendwie in die Auseinandersetzungen, die wir heute in der Linken haben. Also wenn es um das Verhältnis von Reform und Revolution geht, sorgt die Arbeiterbewegung nicht dadurch, dass sie Reformen im Rahmen des Kapitalismus durchkämpft, nicht immer wieder dafür, dass der Kapitalismus auch wieder in einer gewisser Weise stabilisiert wird. Das ist ja eine Sache, mit der sie sich auch sehr auseinandergesetzt hat. Das trifft natürlich irgendwo auch in die Auseinandersetzungen, die wir auch heute haben, wenn es darum geht, wollen wir eine rot-rot-grüne Regierung und wollen wir uns beteiligen daran oder sagen wir, das ist alles im Rahmen dieses kapitalistischen Systems, führt das alles zu nichts. Daniela, das sind doch Fragen, mit denen sich die Stiftung auch intensiv auseinandersetzen müsste. Ja, ich glaube, damit setzen wir uns auseinander. Ich glaube nicht nur, sondern ich weiß das auch an ganz vielfältigen Schriften, sowohl was, ich sage mal, die Pflege ihres Werkes anbelangt und auch die Bewertung ihres Werkes, ihres historischen Werkes. Also sie hat ja zu sehr unterschiedlichen Fragen der Gesellschaft auch geschrieben, begonnen von der Ökonomie. Das ist für mich als Volkswirtin ja auch immer interessant, bis hin zur nationalen Frage. Ja, auch eine Frage, die die Linke vor einigen Jahren ja sehr intensiv diskutiert hat, wenn man so will. Das ist ein Punkt, glaube ich, du hast vorhin von Erbepflegen gesprochen, wo wir so ein Stück weit in ihrem Sinne agieren, um auch ihr geschriebenes Wort in die Gegenwart zu holen. Aber ich glaube, dass wir in unseren Arbeiten des Institutes, in den wissenschaftlichen Analysen, aber auch in der politischen Bildungsarbeit auch ganz in ihrem Sinne agieren. Also die Fragen zu verbindender Klassenpolitik sind, glaube ich, eher ganz zentrale Fragen, die sich heute stellen. Gisela hat vorhin gesagt, Klassen im damaligen Sinne erscheinen möglicherweise heute anders, aber es gibt sie trotzdem. Und die Analyse dazu, wie die Erscheinungsformen heute sind, was das Wesen von Klassen ausmacht und vor allen Dingen, und das, glaube ich, ist auch eine Erkenntnis der letzten Jahre, was sie verbindet, vor allen Dingen auch in den Kämpfen, was sie verbinden muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Rosa Luxemburg, vermute ich, unterstützt hätte, auch betrieben hätte, aber eben auch das, was Ergebnis unserer Analysen ist, über Bildungsarbeit in Richtung klassenarbeitende Bürgerinnen und Bürger, die linksorientiert sind, wie man das heute ausdrückt, zu kommunizieren und für politische Bildung auch als Grundlage, auch von Bewegung, von Selbstermächtigung zu sorgen. Das sind, glaube ich, ganz zentrale Punkte, mit denen man ihr Werk in die Gegenwart holt. Und was für mich immer besonders wichtig ist, es geht ja nicht darum, ihre Werke diskussionslos, widerspruchslos, so wie wir das ja in der DDR oft erlebt haben, mit den Werken der Klassiker, der sozialistischen Theorien zu konsumieren und über bestimmte Passagen zu diskutieren, sondern es geht darum, sich daran zu reiben, darüber zu diskutieren und zu überlegen, was das heute bedeutet, was wir heute daraus lernen können und was möglicherweise auch die Irrtümer der Zeit gewesen sind und was man aus diesen Irrtümern lernen kann. Ich glaube, das würde ihr sehr gefallen, weil sie ja explizit keine Ikone sein wollte, keine Person, die auf den Sockel gestellt wird, sondern immer Partnerin auf gleicher Augenhöhe. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, wenn man darüber redet, wie man das Erbe von Rosa Luxemburg pflegt. Ein Punkt zur Frage Revolution von mir noch, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo seit der Auseinandersetzung zwischen ihr und der Sozialdemokratie doch schon viele Jahre ins Land gegangen sind. Ich glaube, die große Lehre der letzten Jahre oder der letzten Jahrzehnte ist, also für mich persönlich jedenfalls, ist, dass jede Revolution ihre Träger braucht. Die braucht das Subjekt, die die Revolution durchführt und sie braucht letzten Endes die Träger, die die Revolution dann nach der Revolution, wenn man so will, umsetzt. Und dafür, glaube ich, muss man Menschen überzeugen, mitnehmen, bilden und überzeugen. Das ist etwas, was wir in der DDR nicht geschafft haben. Was für mich immer noch eine offene Frage in der Diskussion ist, wie man das schafft, Träger, Trägerinnen von Revolutionen zu finden. Wir reden ja heute in der Stiftung auch von der sozial-ökologischen Transformation. Das ist natürlich auch im Duktus ein Unterschied und sind auf der Suche danach, wie sowas vonstatten gehen kann. Sind wir mit so einem Begriff von der Transformation nicht kräftig auf dem Weg zu Bernstein, der nun sagt, es gibt einen Übergang durch, eine Reihe von Reformen werden wir sozusagen das System verändern und wenn wir die Machtfrage lösen. Ich meine, vielleicht ist es ja auch wirklich so, wie du sagst, ich meine, wir sollten jetzt nicht sozusagen wortgläubig alles übernehmen, was Rosa Luxemburg gesagt hat. Es gibt ja andere Theoretiker, also wie Gramsci oder so, die vielleicht für uns heute in der Beziehung, was die Strategie des Kampfes um die Macht angeht, vielleicht bedeutsamer sind, als es Rosa Luxemburg war und wo es ja auch Widersprüche gibt. Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns auf den Weg zu Bernstein begeben, vielleicht auch, weil ich da so ein Stück weit traumatisiert bin aus der Debatte, die ich ja selber miterlebt habe in der DDR. Das war ja immer wirklich die Grundauseinandersetzung, die Debatte hatte, die war ja auch sehr ambivalent zu Rosa Luxemburg. Man hat die schon positiv gepflegt, weil sie sich eben mit dieser Revisionismus-Theorie und mit Opportunismus in der SPD auseinandergesetzt hat, wozu Bernstein gezählt wurde. Ich würde das so formulieren, wie du das eigentlich, ich sag mal, also deinen letzten Gedanken formuliert hast. Man muss neu über Machtperspektiven nachdenken, über Veränderungsmöglichkeiten, Veränderungsperspektiven. Und da rede ich jetzt nicht, weil der Parteitag ja gerade hinter uns liegt, von der Beteiligung an der Bundesregierung, sondern um Veränderungen herbeizuführen. Und ich glaube, dass sie dringend nötig sind, Veränderungen sowohl im Wirtschaftssystem als auch im politischen, sozialen System herbeizuführen. muss man sich heute schon überlegen, wie man zu diesen Veränderungen kommt, wie man Perspektiven aufzeigen kann, wie man ja Macht entfalten kann und Menschen überzeugt, den Weg mitzubeschreiten, weil ansonsten ist das ein Weg in die Sackgasse und ist auch ein sehr kurzlebiger, kurzfristiger Erfolg. Und in die Debatte müssen wir uns als Linke begeben. Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Formen, auch jenseits der Regierungsbeteiligung. Denn wir sind ja auch dabei, als Linke Menschen zu unterstützen, sich selbst zu ermächtigen, dieses Wort finde ich so schön, sich zu ermächtigen, ihre Interessen zu vertreten. Und zwar sowohl als bestimmte soziale Gruppen als auch in einer Vielzahl von Gruppen gemeinsam Interessen zu vertreten und an vielen Stellen, ob, ich sage mal, Profitmaximierung, Kapitalbedingungen zu verändern, ja, dort einzugreifen und Sand ins Getriebe zu werfen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das immer wieder in der Gesellschaft zu fördern, zu pushen und diese Menschen zu unterstützen. Wenn man sich zum Beispiel diese Initiative, die wir hier unterstützen, die wir ja auch in der Opposition schon unterstützt haben in Berlin, Deutsche Wohnen enteignen, ansieht, dann geht das ganz knallhart an die Existenz von bestimmten Konzernen. Und das ist richtig so. Es geht an die Kapitalverwertung, es geht an Renditemaximierung in einem Bereich, der eigentlich in den, ja, Bereich der Gewinnmaximierung nicht gehört. Ja, das ist ein Grundrecht, wenn man so will, ja auch nach UNO-Karte, da brauchen wir gar nicht ins Grundgesetz zu gucken. Und da, glaube ich, also verstärkt solche Projekte, ob in der Regierungsbeteiligung oder in der Opposition, in der Gesellschaft anzufassen und zu pushen, das ist, glaube ich, etwas, wo man wirklich ganz massiv eingreift. Ich glaube, wir sind ja heute auch weiter von der Perspektive einer Revolution entfernt, als es zu Beginn des letzten Jahrhunderts gewesen ist und worauf es, glaube ich, ankommt heute, was man eben von Rosa Luxemburg auch aus diesen Schriften, also über Bernstein und Massenstreik und so weiter entnehmen kann, ist der Glaube an die Massen, also an die, und auch an die, wie du eben sagtest, die Selbstermächtigung, das heißt, die müssen selber lernen, und das bedeutet natürlich auch irgendwie ein anderes Verhältnis zur Partei, als es so die leninistische Auffassung gewesen ist, aber vielleicht wollen die beiden anderen Kolleginnen und Genossinnen vielleicht noch einen Gedanken, Karl-Heinz, wir müssen das alle lernen, wir gemeinsam, nicht die Massen, sondern wir gemeinsam auch als Linke müssen das lernen, glaube ich. Ja, da hast du völlig recht, ja. Ja. Ich würde ja auch noch etwas dazu sagen, ich meine, mich erschreckt es schon ein bisschen, dass überall von Transformation und ähnliche Termine besprochen wird, und mich erschreckt auch, dass die Bernsteinische Reform statt Revolutionstheorie wieder modern ist unter den Linken, also jedenfalls beobachtet, das seht ihr jetzt vielleicht nicht, aber ich beobachte das in Kreisen, wo ich nicht unbedingt drin bin, aber wo ich mal mitstreiten muss, weil ich da jemanden treffe. Ich finde auch das Wort Selbstermächtigung total wichtig, aber es wird auch sehr individualistisch gebraucht, ja. Wir brauchen Bewegungen, wir müssen Bewegungen unterstützen, auch die Luxemburg-Stiftung unterstützt ja soziale Bewegungen. Ich glaube auch, die von mir geliebte Deutsche Wohnen enteignen, die sind ja direkt in Kreuzberg auch, wo ich auch bin, und da bin ich auch, kenne ich auch viele, und wir unterstützen die auch von der Bewegungsstiftung, wo ich auch bin. Ja, genau, also das ist schon ganz positiv, aber Edward Bernstein, der ja halt der große Theoretiker, der Reformisten war, gegen den hat sich ja die Luxemburg auch durchsetzen müssen. Ich hatte das, glaube ich, schon gesagt, dass sie gesagt hat, die Revolution ist großartig und alles andere ist Quark. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich vorhin in der Diskussion gesagt habe, weil ich direkt drüber gesprungen bin. Ja, und auch, dass Solidarität wieder benutzt wird, aber es wird auch oft inklusiv benutzt, anstatt exklusiv, dass eben Gruppen sich, nur bestimmte Gruppen, nur damit gemeint sind. Das ist ja bei Luxemburg gerade so toll, dass sie eben sagt, das gilt für alle, und das gilt international. Wir müssen bei vielen Dingen auch international gucken. Gerade Corona hat uns ja wieder auf den Nationalstaat zurückgeworfen und es war gar nicht für alle so ungewollt. Und ja, also da müssen wir es dagegen tun. Und auch die, wenn ihr sagt, wollen wir jetzt Regierungsbeteiligung oder wollen wir die nicht? Ich weiß nicht, manche Parteien haben sich in der Opposition viel besser verhalten und Besseres bewegt, als wenn sie an der Regierung waren. Andererseits hat man natürlich mehr Einfluss. Man darf nur seine Programme oder das, was man mal vorhat, seine Zielsetzungen, dann nicht vergessen. Und dann kann es halt manchmal auch schwierig sein bei Koalitionen zum Beispiel. Aber ich bin keine Parteipolitikerin, deshalb bin ich da auch ein bisschen schwer geeignet. nur was sich so manchmal tut, das macht mir dann halt auch Sorgen. Naja, gerade als Nicht-Parteipolitikerin bist du ja geeignet, dazu mal irgendwas zu sagen, um auch die Parteipolitikerinnen in den Senkel zu stellen sozusagen. Habe ich mal gestern im Bundestag auch im Wort gesagt, was wir wissen. Ja, genau. Ja, Julia. Darf ich, da wir jetzt sehr schnell dazu gekommen sind, was Rosa Luxemburg uns heute noch zu sagen hat und inwiefern ihr denken, heute noch eine Rolle spielt, kann ich jetzt leider den zweiten Teil meines Beitrages nicht mehr bringen zur Rezeption. Wie war das in der BAD und so weiter? Das könnt ihr dann in meiner Dissertation, die beim Kulturmaschinenverlag erschienen ist, das Nachlesen alles. Und ich wollte noch mal kurz wenigstens als Fazit darauf hinweisen, dass das, was ich über den Luxemburgismus beschrieben habe, das waren politisch motivierte Stigmatisierungen. Also in Biografien, Biografinnen und Biografen, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die haben da sehr, sehr anders, also die haben gegen diese Stigmatisierungen angeschrieben. Und vielleicht dann auch noch mal von mir ganz kurz, was hat sie uns heute noch zu sagen? Also ich war in der letzten Zeit auf wirklich vielen internationalen Konferenzen und ich bin tief beeindruckt, wie viele junge Forscherinnen und Forscher zu Rosa Luxemburg forschen. Auf der ganzen Welt wird sie erforscht, wird ihr Denken erforscht, wird ihr Werk erforscht, vor allen Dingen auch seit 2015, seit die Gesamtausgabe ihres Werkes auf Englisch vorliegt. Junge Leute aus der ganzen Welt, also ich habe Leute aus Lateinamerika, China, Osteuropa, den USA, Kanada kennengelernt, die wie ganz selbstverständlich über das politische Denken Rosa Luxemburgs sprechen. Das ist wirklich großartig. Sie wird als eine nicht erprobte sozialistische Alternative wahrgenommen und das finde ich grandios. Und vielleicht noch zwei Punkte, die jetzt noch nicht erwähnt wurden, auch Rosa Luxemburgs Engagement, ständiges Engagement für den Frieden, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges linkes Thema linker Politik. Und das ist ja jetzt auch beim Parteitag wieder deutlich geworden, dass die Partei Die Linke nach wie vor die einzige Partei ist, die sich Friedenspartei nennen kann. Und das eigentlich die weltweite Ungleichheit zwischen Arm und Reich, das ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. und Rosa Luxemburg hat ihr Leben lang gegen den Kapitalismus gekämpft. Also da können wir nach wie vor von ihr lernen und auch auf der ganzen Welt. Also ich finde es wirklich klasse, dass da so viel Nachwuchs auch kommt. War denn Rosa Luxemburg, wo wir gerade die Frage des Friedens angesprochen haben, war Rosa Luxemburg eigentlich eine Pazifistin oder war sie eine Gegnerin dieses imperialistischen Krieges? Ja, also ich würde sie schon als Pazifistin bezeichnen. Ich benutze sehr oft diesen einen, weil sie jetzt nicht ganz genau auswendig, wo sie eben sagt, und wenn wir aufgefordert werden auf unsere Brüder, damals waren sie eben Brüder, jetzt sind ja auch Schwestern dabei beim Militär, das ja auch kein emanzipatorischer Fortschritt ist. Also wenn wir auf unsere Brüder schießen müssen und wenn uns das befohlen wird, dann sagen wir, nein, das tun wir nicht. Da habe ich mit meinen Studis auch immer drüber gesprochen, weil das ist so ein klarer Satz, der ist nicht anders zu interpretieren, als dass wir das eben, nein, das tun wir nicht, dass man das laut und deutlich sagen muss. Und ich denke da auch immer dran, wenn ich im Zug fahre und wenn ich Corona-Pandemie ist, fahre ich sehr oft Zug und ich sehe diese jungen Schmuckenmänner in ihren Armeeanzügen, dann denke ich immer dran. Und wenn wir gebeten oder wenn wir aufgefordert werden, nein, das tun wir nicht, da möchte ich gerne mit Ihnen darüber diskutieren. Ja, das ist natürlich gut. Ja, Julia, gut. Also natürlich auf Bezug auf den Ersten Weltkrieg gebe ich dir recht. Aber sie hat Gewalt nicht abgelehnt. Also sie wusste schon, dass eine Revolution durchaus auch mit Gewalt stattfinden muss. Sie sah das nur nicht als Aufgabe der SPD oder der Partei, eine Bewegung zu bewaffnen. Aber also Waffengewalt in der Hinsicht hat sie nicht abgelehnt. Und genau, also ja klar, in Bezug auf den Ersten Weltkrieg. Aber ich würde sie selber nicht als Pazifistin bezeichnen, eher als Kriegsgegnerin, als Antimilitaristin. Aber als Pazifistin, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Naja, das geht ja auch in diese aktuelle Diskussion, wie sie auch in der Linken geführt wird zurzeit. Kann man unter bestimmten Bedingungen eben Gewaltmonopol der Vereinten Nationen auch Kriegseinsätzen zustimmen? Oder sagen wir, nein, wir nehmen nie eine Waffe in die Hand? Ich meine, da werden wir wahrscheinlich keine gemeinsame Antwort jetzt finden. Und das gibt ja auch in der Linken darüber Debatten. Oder Daniela, wie siehst du das? Ich sage mal, ich würde mich an der Stelle den Gedanken von Julia anschließen. Also sie war eine Antimilitaristin. Also das glaube ich, das kann man ganz klar sagen. Sie hat gegen Militarismus und Imperialismus gekämpft in ihrer Zeit. Aber das ist ja eine Debatte, die bei den Linken im weitesten Sinne eine uralte Debatte ist, eine jahrzehntealte Debatte, und zwar überall. Überall, wo Revolutionen stattgefunden haben. Weil es gibt ja scheinbar einen Widerspruch zwischen dem Vertreten von Revolutionen als Ausgangspunkt für Veränderung und Pazifismus. Weil Revolutionen jedenfalls der Erfahrung nach und auch der Theorie nach nicht gewaltfrei durchgeführt werden. Das ist einfach der Punkt. Und insoweit gibt es, glaube ich, auch in der Linken diesen großen Zwiespalt in der Debatte. Einerseits, ja, Revolutionen zu vertreten, Revolutionen umsetzen zu wollen, aber umgekehrt, ja, antimilitärisch und vor allen Dingen auch ganz klar im Sinne des Friedens oder Friedenspolitik zu agieren. Ich glaube, dass man diesen Widerspruch auflösen kann oder dass sich das durchaus unter ein Dach bringt. Aber Pazifismus kann man das nicht nennen. Und ich weiß nicht, ob man so weit gehen würde. Da müsste Julia mir mal helfen, dass man die Linke als pazifistische Partei bezeichnen kann. Sie ist auf jeden Fall eine ganz klare Partei einer friedlichen Außenpolitik. Das ist ja jetzt auch wieder ganz deutlich geworden, einer internationalen Friedenspolitik beziehungsweise einer Friedenspolitik nach außen und nach innen. Ja, das nach innen darf man letztlich auch nicht vergessen. Ja, und da ist sie auch die einzige Partei. Ja, und da ist sie auch von Ihnen, Übersetzung und